Der Groove Der Groove Wisst ihr, ich kann nie aufgeben. Wenn du aufgibst, gehst du rückwärts. James, die wollen die Rolling Stones als Abschlussnummer. Nein, ich gehe vorwärts. Ich nehme es und drehe es. Die Rolling Stones, konntet ihr bei uns nicht mal einen Hit landen? Mr. Jagger, Mr. Richards. Willkommen in Amerika. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 4. Wenn man Neuland erobern will, muss man hart arbeiten. Ich habe jeden Tag Neuland erobert. Jetzt sperr mal die Ohren auf. Der Mann ist ein Genie. Jeder, der mit ihm zusammenspielt, geht ein Stück aufrechter. Was ist los, Messias? So geht Musik mit. Klingt es gut? Fühlt es sich gut an? Wenn es gut klingt und sich gut anfühlt, ist es Musik. Also spielt es so, wie ich es möchte. Mr. President, ich möchte nach Vietnam. Wir müssen den Super Heavy Funk für den Jungs da drüben bringen. Schießen die auf uns! Die Transportprobleme tun mir leid. Transportprobleme? Die wollten James Brown heute kalt machen. Wollen Sie der Typ sein, der den Funk auf einen gewissen Hand hat? Martin Luther King ist tot. Mr. Brown, Dr. King wurde getötet. Der Bürgermeister von Boston sagt den Auftritt morgen ab. Herr Bürgermeister, die schwarze Gemeinde hört auf mich. Also entweder haben Sie 10.000 wütende Menschen im Boston Garten oder 10.000 wütende Menschen in Ihrem Vorgarten. Sehen wir zusammen oder nicht? Du kannst deinen Aufstand aufhalten, also kannst du auch einen anzetteln. Nach allem, was ich für dieses Land getan habe, sind die hinter James Brown her! Gott, oh Gott! Wenn man nie ganz unten war, wie will man dann hochkommen? Mr. Brown, ich habe nur noch eine Frage. Was ist Ihr Lieblingsgericht? Bobby, erzähl dieser hübschen weißen Lady, was wir essen. Ich habẓnter. Los. Wir wollen ja auch hier vollkommen! Die Nachrichten sind erwarteze! Lesable. Wir wollen ja. ija. Wir wollen ja auch hier kampf Two. Wir gehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020